Segler Tim war Berlins Nachwuchssportler des Monats September und nun möchte er gerne Berlins Nachwuchssportler des Jahres 2012 werden. Lähnt ihn hier besser kennen. Ja, ich bin der Tim, bin 15 Jahre alt und segel. Meine größten Erfolge sind im Opti wurde ich einmal Vize-Berliner Meister, dann von Mecklenburg-Vorpommern erster Platz bei der Jugendmeisterschaft, also Jugendlandesmeisterschaft. Dann im Laser die Landesjugendmeisterschaft von Brandenburg wurde ich erster im Laser 4.7 und dann wurde ich Deutscher Meister im Laser 4.7 und jetzt wurde ich Nachwuchssportler des Monats. Naja, meine Schwächen sind so ein bisschen Geduld und meine Stärken sind, ja, dass ich mich eigentlich, denke ich, mal ganz gut konzentrieren kann beim Segeln und halt darauf achte, wo der Meisterwind ist. Naja, es ist so körperlich und auch, man braucht auch ein bisschen Köpfchen für Segeln und das ist das Gute daran, finde ich. Ja, naja, beim Segeln ist es manchmal einfach, wenn zum Beispiel ganz wenig Wind ist und dann der Wind dreht, aber es halt auch, wenn man trainiert, dann muss man halt bis ans Limit gehen, damit es in der Regatta perfekt dann auch klappt. Es gibt eine Startlinie, besteht meistens aus einem Boot und einer Tonne und dann sind halt immer fünf Minuten, dann wird halt getootet und dann mit einer Stoppuhr hat man das dann halt drauf und bei Null ist man halt über der Linie auf der richtigen Seite mit einem perfekten Speed und ja, gibt es dann aber verschiedene Kurse, also einmal gibt es Up und Down, der wurde, glaube ich, bei Olympia gesegelt. Dann gibt es noch einen Dreieckskurs und einen Trappierskurs, ja, vielleicht mal so einen olympischen Spielen fahren, aber wahrscheinlich in acht Jahren dann, der Leserstandard, der ist olympisch oder halt in einer anderen Bootsklasse, die ein olympisch ist. Stimmt ab für euren Berliner Nachwuchssportler des Jahres 2012. Besucht Wir bewegen Berlin auf Facebook und lasst eure Stimme da oder schreibt ihnen einfach eine Mail. Alles weitere dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Lust auf noch weitere Videos von Nachwuchssportlern habt, dann schaut doch einfach mal auf unserem Kanal vorbei. Sag mal, bis dann! Sag mal, bis dann! Sag mal, bis dann! 機auspere